Musik So Ich mag das, okay, egal So, wir haben es geschafft Machen wir mal so ein kleines Inventar-Checking Wir haben Ein Schild fehlt uns noch Wir haben alle Schuhe Wir haben hier eigentlich alles Bis auf, hier fehlt uns noch So ein Stein Und hier fehlt uns Noch zwei Pfeile Fehlen uns Skulptula-Technisch fehlt uns Gerudo-Festung noch was Ansonsten haben wir alles bis auf Zodas Reich Aber da können wir den letzten noch nicht holen Es fehlt uns noch ein Amulett, es fehlt uns noch ein Lied Logischerweise Was ist das? Ach, das sind noch so Sachen, die man von Die man Also das könnten wir Das könnten wir jetzt eigentlich mal Mal machen Hey, da ist ein Gegner Stirb So Weil ich besser bin als du Deswegen So Bin noch besser als du So Und was steht jetzt hier? Hey, wir können hier rein Cool Hui Hütte des Totengräbers Andächtig geht Link zum Tisch Er sieht auf das zerfledderte, verstaubte, zerrissene Tagebuch Der Totengräber scheint schon länger tot zu sein Und nun Lesen wir mal, was drin steht Des Totengräbers Tagebuch Willst du es lesen? Ja Immer Ähm Wer immer dies liest, der möge mein Grab betreten Ihm gebe ich meinen langen, kurzen Schatz Ich warte Boris Jo, das war ja der Fanghaken, der total kacke ist Weil der Endhaken viel besser ist Jojo Hey, ich will ein Herz teil Äh, ein Herz haben Nee, oder? Ihr gammligen Geizhelse hier So, da sind wir in Kakariko Ja, die Welt ist gerettet Ihr braucht mir nicht zu danken So, schauen wir mal, was das Hühnchenmädchen zu sagen hat Das hatten sie dieses grüne, äh, dieses blaue Hähnchen gegeben Hm, mein Bruder muss sehr einsam gewesen sein Äh, ja So, wir können uns jetzt alle Belohnungen holen Außer, 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 ähm, die, die fünfte Ähm, ich kann euch ja mal hier was erklären Wir haben hier sechs, ähm, Verfluchte Der erste gibt uns die kleine Börse für 99 Rupees Äh, für 200 Rupees, von 99 auf 200 Der zweite gibt uns, ähm, Stein des Wissens Der dritte gibt uns die Riesenbörse mit 500 Rupees Der vierte gibt uns Krabbelminen Und der fünfte gibt uns ein Herz teil Und ich weiß nicht, wer der fünfte ist Deswegen Der Fluch ist von mir genommen Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich Der, 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 der Stein des Wissens Benutzt du ab jetzt dein Rumblepack? Reagiert es auf naheliegende Geheimnisse? Jo Der Fluch ist von mir genommen Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung für dich Krabbelminen So, ich glaub, den darf ich nicht ansprechen Weichern wir vorsichtig mal ab Der Fluch ist von mir genommen Tausend Dank, hier ist eine wertvolle Belohnung Ja, den durfte ich nicht machen Gut, dass ich vorher gespeichert hab Ich werde jetzt nämlich dann meinen Spielstand gleich resetten Ah ja Und was gibt mir der in der Mitte? Der gibt mir dann quasi die Riesenbörse Genau Jo, dann sehen wir uns gleich wieder Wenn ich hier neu gestartet habe Gut Jo, ähm In dieser Folge begeben wir uns quasi dann Ja, wohin begeben wir uns? Eigentlich hab ich keine Ahnung, wohin wir uns begeben sollten Aber Navi, die Nervenssäge, müsste uns das eigentlich mitteilen Eigentlich müsste uns Navi das mitteilen Ähm Ein Ton als Lied So Ja, Navi sagt jetzt allerdings nichts Ähm Ja, seltsam Ähm Das ist ja auch wieder so ein Tempel, wo man halt nicht weiß Ähm, wo könnte er als nächstes sein Und da ist man wieder ein bisschen auf Navis Hilfe angewiesen Wenn man das Spiel noch nicht so kennt Wobei ein, ähm Richtiger Zelda-Spieler wird natürlich erstmal alles so ein bisschen erkunden wollen Und daher Wird man wahrscheinlich wissen, dass bei den Gerudos noch irgendwas ist Ähm, falls man nicht sogar vorher schon bei den Gerudos war Ja, jetzt kommt die Passage mit den Gerudos Eigentlich ganz witzig Ähm Gut, gucken wir mal Ah, immer diese weiten Wege Aber wir haben da hinten noch Wir haben da hinten keinen Teleport Und wir werden da, ähm Bei den Gerudos müssen wir immer so einen weiten Weg gehen Da gibt's keine Gibt's keinen schnellen Weg Theoretisch könnte man zum Hylia-See Aber da rauszureiten ist dann auch wieder aufwendig Deswegen, naja Eigentlich bleibt sich's gleich Was bist du für ein dummes Pferd Ich reite mit dir auf diese Brücke zu Wo du hier so drüber springen sollst Dankeschön Ja, Navi müsste uns eigentlich sagen Ich hab keine Ahnung, was sie uns sagen würde Ich würde sagen, wir chillen einfach Und schauen mal, was sie uns sagen würde Was sie sagen würde Wenn sie sagen könnte, was sie sagen würde Aber sie nervt dir nur, wenn sie was sagt Also sagt sie lieber nix Die Gerudo-Festung Gehen wir mal herunter Und gucken mal ein bisschen rum Dummdi-dummdi-dumm Navi sagt doch was Na weh Magst du uns gar nicht helfen? Oh, ich kenn mich nicht aus Ich weiß nicht, wo ich hin soll Navi, bitte hilf mir Da vorne ist jemand Hey Jetzt sagt Navi was Oh mein Gott Triff ihr verdammtes Gesicht, Link Was? Okay, was sagt sie? In der Wüste wurde Garn und Dürf Der Großmeister des Bösen geboren Vielleicht finden wir dort etwas Ah ja So, kann ich dich jetzt abknallen? Nein, ich kann dich gar nicht abknallen Hey Halt Bleib, wo du bist Weichei Hinein mit dir Und halt die Klappe Ja Ich werde jetzt erstmal Was mache ich denn hier? Das ist ein falsches Lied Ja Ja, die Gerudo-Kriegerinnen Die sind halt einfach Also Weil wenn man Von ihnen gesehen wird Dann Nein Wir tun nicht kämpfen Wir machen hier so eine Scheiße Und sperren dich nur ein So Aber hier haben wir zum Glück Holz Und Wir haben noch eine andere Möglichkeit Wir können sie nicht umbringen Weil sie ja Menschen sind Und im Spiel darf man ja keine Menschen töten Aber wir können so coole Sachen machen Wie sie mit Pfeilen betäuben Oh, der war zu tief Komm her So Bloß mit Soos So Ja, meine Pfeile Gehen mir jetzt hier ein bisschen aus Also Unsere Aufgabe hier ist es Ähm Wir haben ja Vor ein paar Folgen Bereits mit diesen Handwerkstypen geredet Wir müssen hier diese Handwerks Fuzzis befreien Da müssen wir in dieses Diebeversteck reingehen Und diese acht Handwerker finden So Pfeile So Hey, Kleiner Dich meine ich Hey, schau mal her In die Zelle Ich weiß nicht, wo du kommst Aber Du musst ganz schön mutig sein Äh Wenn du dich an den Wachen vorbeitraust Äh Meine anderen Kumpels Sind auch irgendwo eingesperrt Ähm Befreie uns bitte alle Äh Aber sei vorsichtig Äh Hier gibt's Jede Menge Gerulu-Wächter Hey, pass auf So, die Gerudo-Wächterin Haben jetzt Ähm Die Gerudo-Wächter haben jetzt ein Riesenproblem Und zwar Können die so einen Schlag machen Bei dem sie ziemlich lange ausholen Und wenn sie den machen Betäuben sie dich Und schmeißen dich wieder in die Zelle Hey, bist du hier um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett Äh Ich bin John Der Zimmermann Ey, wir wollten uns eigentlich Den Gerudo-Kriegerin anschließen Aber dann haben sie uns eingesperrt Weil wir Männer sind Ähm, jetzt wollen wir aber wieder Liebe Heim Äh, diese Gerudos Sind schrecklich ungehobelt Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt Befreie sie bitte Ja, ne Dann laufen wir schön So, das war Nummer 1 Und jetzt muss sie sich ein bisschen so durchfriemeln Und gucken, wo ist was Und so weiter So, da ist schon mal nix Muss ich dir aufpassen Weil hier drinnen Ich hab in Erinnerung Dass hier drinnen auch überall Wachen sind Und, äh, wenn ein Dieter wischen Dann, ähm, heißt's auch wieder Auszeit Blacky Ab in die Zelle mit dir Und ich hab keine Ahnung Wie der richtige Weg war Was da oben kommt mir bekannt vor Das kommt mir nicht bekannt vor Ja, einfach mal da hochgehen Ich hab keine Ahnung Werden jetzt wahrscheinlich Ein paar Versuche brauchen Ist natürlich einfacher Wenn man weiß, wo man hin muss Das gebe ich zu So, dann schauen wir mal da rein Ah, das sieht gut aus Aber Vorsicht walten lassen So, jetzt holen wir uns auf jeden Fall Erstmal da hinten ist vielleicht ein Herz drin Sehr schön Vielleicht ein paar Pfeile? Nö Hey Kleiner Komm mal her hier Ich hab was zu erzählen Äh, ich weiß noch nicht Woher du kommst Aber du musst Ganz schön mutig sein Weil ich genau dasselbe erzähl wie der Vorgänger Und das ist schon komisch Als wären wir alle geklonte Zwillinge Und so ein Scheißdreck Und deswegen möchte ich, dass du mich befreist Und ich warte wieder vor den Gerudo-Kriegerin Und sie sind wieder hinter dir Und so ein ganzer Schmarrn Und so weiter Und hey, pass auf Bäm, so kämpft man gegen die Tussen hier Jede, was es braucht Gut, dann können wir den nächsten auch befreien Hey, das ist wirklich ein nett von dir Kleiner, danke für die Rettung Ähm, ich bin Paul der Zimmermann Die Frauen hier machen mir Angst Ich bleibe lieber weiter Zimmermann Als mich ihnen anzuschließen Weil ich geangst habe Dass ich umgebracht werde Ich kann, es kann man erwarten Wieder rein zu sein Zwei meiner Kumpels sind noch hier eingesperrt Willst du ihn? Äh, nö Ich habe nicht vor, das Spiel durchzuspielen Also werde ich ihm nicht helfen Obwohl, es gibt sogar einen Bug-Exploit-Trick Irgendwie, wie man sogar ohne den Schmarrn hier In die Wüste kommt Aber ich kann sowas nicht So Ähm Ich bin da rausgekommen, ne? Wo bin ich rausgekommen? Dann gehe ich mal da rein Ja, die andere ist tot Und die Äh, ich laufe mal ganz chillig weiter Kann man aber theoretisch auch noch anders lösen Indem man sich mit dem Endhaken da rüberhängt Aber ist ja auch egal Pfeile wären nicht schlecht Hallo? Dankeschön Und es sind auch sogar Pfeile drin Ja, Navi Was willst du mir jetzt damit andeuten? Ich habe sie besiegt Und sie liegt jetzt am Boden Weiter Okay, dann schauen wir mal hier raus Na, sehr schön Ich sehe schon einen Skulptuler Dann gehen wir mal Darunter Gehen wir einfach mal darunter Ich glaube hier war gleich eine Ich bin mir nicht sicher Headshot Ähm Okay, da hinten kommt nix mehr Frage ist, ob es von da raus kommt Sieht aber nicht so aus Ah, das sieht gut aus Hey, Moment mal Das war doch der letzte Der da hinten ist Ach, egal Okay Äh, ich weiß so nicht Woher du kommst Aber du musst ganz schön mutig sein Wenn du dich an den Oh, derselbe Text wie vorher Also, keine Ahnung Ich liebe Zelda und so weiter Aber einige Sachen hätten sie echt, ähm Bessiger machen können Wie zum Beispiel Sie hätten hier Individuelle Texte machen können Was? Ich hau die ganze Zeit auf dich ein Was hältst du davon? So So, besiegt So, dala Danke, Junge Du bist super Ich bin George, der Zimmermann Hast du unseren Chef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns Ich muss sofort zu ihm Einer von uns ist noch gefangen Bitte hilf auch ihm Jo, kann ich machen Ähm, tja Ach, wo war jetzt die letzte Zelle? Ähm, wenn man den Weg richtig geht Ist das ja eigentlich die letzte Weil es hier so eine Sackgasse Und das geht nicht weiter Ähm Okay, das ist wirklich eine Sackgasse Tja, ich hab keinen Plan Wo es lang geht Ich hab keinen Plan, ey Vielleicht hier rein? Keine Ahnung Ich guck einfach mal Auf jeden Fall ist da unten Eine Zelle, oder? Yay, da ist der letzte Wey Glück gehabt So, den wir jetzt auf Anhieb gefunden haben Hey, Kleiner Ähm, schau mal her Meine Zelle und so ein Zeug Ich weiß ja nicht, wer du kommst Aber du musst ganz schön mutig sein Wenn du dich, ähm, an den Wachen vorbeitraust Ähm, meine anderen Kumpels Sind auch irgendwo eingesperrt Nein, sind sie nicht Ich hab sie schon alle befreit Ähm, aber sei vorsichtig Ähm, hier gibt's jede Mech Hey, Gerudo-Wächterin Hey, Kleiner, pass auf Komm her Das, habt ihr den gesehen Wie sie jetzt ausgeholt hat Ja, und wieder hat sie sie ausgeholt Das ist dieser Move, dass sie, ähm Das ist dieser Move, dass, ähm, sie einen betäuben will Und dann landest du direkt wieder in der Zelle Hey, ich hab schon gedacht, du hättest mich vergessen Vielen Dank Ich bin Ringo, der Zimmermann Dafür, dass du mich befreit hast Verrate ich dir Was ist sich dir Gerudos über die Wüste erzählen Wer die Gespenst der Wüste doch queren will Braucht das Auge der Wahrheit Ähm, deinen Wüstenkoloss findet man jenseits der Wüste Ähm, ich gehe jetzt zu meinem Zelt in der Nähe des Gerudo-Tals Schau doch mal vorbei Vielleicht gibt's dort etwas für dich Leb wohl Schump, schump Ich bin beeindruckt Um an unseren Wachen vorbeizukommen Muss man schon sehr geschickt sein Ich habe immer gedacht Alle Typen außer Ghan und Dorf Wären ziemliche Waschlappen Aber ich muss meine Meinung ändern Unsere Anführerin Naburu Hat mir die Verantwortung Für diese Festung übertragen Naburu ist die Stellvertreterin des mächtigen Ganondorf Der Heer der Gerudo-Kriegerinnen Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel Der sich jenseits der Wüste befindet Sie vermutet dort ein wertvolles Relikt Du willst also einer von uns werden? Was? Na gut Du hast deine Fähigkeiten bewiesen Du bist nun ein Gerudo Äh, was? Wer hat gesagt, dass ich Gerudo werden will? Ihr seid scheiße Obwohl nur Frauen im Verein Naja Nimm dies damit Kannst du dich in der Festung frei bewegen Da, 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 da So ein komischer Wisch Der behauptet Ich kann jetzt alles möglich machen Du hast den Zutritt zur Gerudo-Trainings-Arena Und der Gerudo-Kriegerin Yay Bla, 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 bla Ich erzähle den ganzen Scheiß-Trick nochmal Werektional muito